Hallo und ich begrüße euch zu einem ganz ganz wichtigen Infovideo. Ich hoffe mal jeder hat jetzt auch auf das Video draufgeklickt, wenn schon da steht wichtig, wichtig. Und zwar sieht es so aus, ich bin jetzt YouTube Partner. Was bedeutet denn das überhaupt? Ich denke viele werden es schon kennen, weil es einfach viele YouTuber sind. Aber für diejenigen, die das nicht kennen, denen werde ich das jetzt einfach mal kurz erklären. Also auf YouTube hat jeder YouTuber die Möglichkeit eine YouTube Partnerschaft zu bekommen. Und durch diese Partnerschaft hat man eben dann gewisse Vorzüge, die Leute, die nicht Partner sind, eben nicht haben. Beispielsweise wenn man jetzt mal vom Kanaldesign hier ausgeht, kann man hier zur Einstellung einen Banner einfügen. Was bedeutet das ganz einfach? Man hat einfach hier, wenn man Partner ist, da oben noch Platz, um einen Banner einzufügen mit einer maximalen Höhe von 150 Pixeln. Gut, das ist jetzt eben bei mir nichts, weil ich eben noch keinen Banner habe. Aber wenn es dann da ist, werdet ihr es auch sehen. Und ansonsten kann ich hier dann beispielsweise auch noch ein Kanalsymbol für Wiedergabeseiten hochladen. Sowas seht ihr dann, wenn ihr beispielsweise ein Video von mir anguckt, seht ihr oben über dem Video eben so ein kleines Icon, wenn ich dann es drin habe. Muss ich auch noch machen, also ich muss dann auch ziemlich viel machen. Was hat man sonst noch alles für Vorzüge als YouTube-Partner? Wie man hier schon schön sehen kann, kann man eigene Thumbnails einfach als, ja wie soll ich sagen, Vorschaubild nehmen. Also sprich, man kann hier eigene Bilder reinsetzen, damit es auch einfach viel schöner aussieht. Tut mir leid, aber ich finde sowas hier sieht einfach schöner aus, wie wenn ich einfach irgendein random Bild habe, das im Video ausgewählt wurde. Und ja, ansonsten kann man dann eben als YouTube-Partner auch noch Geld verdienen. Ja, ihr habt richtig gehört, viele werden sich jetzt am Kopf fassen und werden sagen, um Gottes Willen Hulk, mit so Videos, wie du machst, verdienst du auch noch Geld. Ich glaube, du bist lebensmüder, aber nee, es ist wirklich so, damit kann man Geld verdienen. Wie geht das Ganze? Es wird einfach Werbung vor das Video geschaltet. Und ja, natürlich heißt es jetzt also, jedes Mal, wenn ihr ein Video von mir anklickt, läuft erstmal für 5 Sekunden oder sowas, ich weiß nicht, wie lange das geht, Werbung. Aber für Leute, die die Werbung nicht sehen wollen, die können sich ganz einfach einen Adblocker holen für ihren Browser dann. Und ich denke, wer heutzutage keinen Adblocker verwendet, der ist eh wirklich ein ganz, ganz armes Schwein, denn heutzutage wird wirklich alles durch Werbung im Internet finanziert. Und deswegen ist ein Adblocker wirklich fast schon Pflicht, wenn ihr den nicht installiert habt, dann bitte macht's, bitte macht's, sonst werdet ihr nur so mit Werbung überhäuft. Nicht nur auf YouTube generell, auf jeder Seite gibt's Werbung zum Abkratzen. Also, das ist in der heutigen Zeit wirklich schon zu empfehlen. Und dann gibt's auch noch die ganz geile Sache, die man als Partner hat. Man kann nämlich die Videos zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen lassen. Jetzt werden sich viele sagen, ja, warum braucht man das, man kann ja einfach so ein Video mal hochladen und fertig. Ja, der Witz ist aber, wenn ich jetzt beispielsweise ein Video um 1 Uhr nachts hochlade, dann wird natürlich das Video bei euch auf der YouTube Startseite, also hier auf der YouTube Startseite, wird dann natürlich bei euch auch erst um 1 Uhr angezeigt. Das bedeutet, wenn jetzt um 15 Uhr das Heimkommt und ich hab jetzt um 1 Uhr nachts ein Video hochgeladen, dann werdet ihr das Video von mir erst ganz weit unten finden, weil ich es natürlich erst dann vor 15 Stunden oder sowas hochgeladen hab. Ne, 14 Stunden sind's, ja. Kopfrechnen muss man auch noch können. Und jetzt was kann ich ihm jetzt als YouTube Partner machen. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Und zwar, gestern war es beispielsweise der Fall. Und zwar, da war ich den ganzen Tag nicht daheim. Und da konnte ich das Ganze nämlich dann gleich mal ausprobieren. Und zwar, wenn ich hier draufgehe auf Video hochladen, dann hab ich nämlich die Möglichkeit, dir einfach, zack, Veröffentlichung, zu einem benutzerdefinierenden Zeitpunkt, das einzutragen. Und dann geb ich einfach das Datum ein und die Uhrzeit, wann es veröffentlicht werden soll. Und wie man ja bei Battlefield 3 sehen kann, hat es wunderbar geklappt. Ich hab gesagt, es soll um 14 Uhr veröffentlicht werden. Und ich glaub, das hat auch alles so hingehauen. Bin ich auch froh drüber. Und das sind eben so Sachen, wenn ich dann beispielsweise mal im Urlaub bin oder wenn ich mal weg bin für eine gewisse Zeit, dann kann ich einfach schon im Vorfeld sagen, okay, ich lade Videos hoch und die werden euch dann ganz einfach zu dem und dem Zeitpunkt freigeschaltet. Na, auf jeden Fall ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und auch unter der Woche habe ich ja mittwochs jetzt oftmals kein Video hochgeladen, weil ich da einfach bis zum halb acht jeden Tag weg bin. Also mittwochs. Und das kann sich natürlich jetzt auch ändern, wenn ich jetzt lustig bin, kann ich einfach sagen, okay, Leute, mittwochs kommt ein Video, zack, da habt ihr was feines, hat er sich, Battlefield 3, Darkness 2, irgendwas halt, irgendein Video. Und das kann man eben jetzt alles machen, finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Aber man hat auch noch andere Vorteile als YouTube Partner. Beispielsweise sieht es bald so aus, dass man über YouTube auch Livestreams machen kann. Und zwar haben diese Funktion schon einige Leute. Und so wie es aussieht, werden also jetzt die Leute, die bei TGN sind, also TGN, das ist jetzt mein Partnernetzwerk. Übrigens auch mal hallo an alle TGN-Leute da draußen, die sich das Video eh nicht angucken werden. Also, daher werden wir jetzt auch bald die Möglichkeit haben, über YouTube Livestreams zu machen. Das bedeutet, ihr müsst nicht unbedingt jetzt hier unbedingt auf own3d.tv oder auf Twitch.tv, nein, ihr könnt gleich hier über YouTube den Livestream angucken. Und das ist doch auch was Feines. Das finde ich zumindest. Das sind eben jetzt so Sachen, die werden jetzt alle auch noch im Laufe der Zeit dazukommen. Aber man hat auch noch so kleine, geheime Vorzüge als YouTube Partner, wenn ich das mal so sagen kann. Und zwar sieht es bei dem neuen YouTube-Kanal, die ist dann jetzt so aus, dass oftmals, Moment, warum was? Hier auf der Leute. Oder mich verarschen, jetzt Startseite kommt. YouTube macht hinne. Also, es kann oft mal sein, dass hier auf der Startseite nur Videos von YouTube Partnern kommen oder vermehrt Videos von YouTube Partnern, aber nicht die Videos von Nicht-YouTube Partnern. Das bedeutet, YouTube sagt einfach, so, wir zeigen euch hier nur die Videos von YouTube Partnern, dass ihr da draufklickt und die Videos von Nicht-YouTube Partnern, die werden nicht angezeigt. Also, das kommt seitdem das neue Kanal-Design draußen ist oftmals vor, was ich persönlich eine riesen Schweinerei finde, weil man kann nicht einfach die Videos von den Leuten nicht anzeigen, nur weil sie eine Partner sind. Also, ich finde, das geht mal gar nicht. Und das ist eben in letzter Zeit vermehrt bei den Leuten vorgekommen, dass dann einfach die Videos von den Nicht-Partnern nicht angezeigt wurden. Finde ich eine Schweinerei, aber wie ihr seht, das sind so geheime Vorteile, die eben jetzt auch die Partner haben. Finde ich natürlich jetzt nicht gerechtfertigt, finde ich auch nicht in Ordnung, aber ich wollte jetzt nur mal sagen, dass die Leute es auch wissen. Und ansonsten werde ich jetzt eben auch in der Suche, ich sage mal, bevorzugt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt beispielsweise hier irgendein Display von mir eingibt, dann werde ich da, weil ich Partner bin, bevorzugt und wahrscheinlich vor vielen Nicht-Partnern kommen. Ja, nicht vor allen, aber vor vielen. Denn wenn natürlich jetzt jemand weiß, dass ich 20 Millionen Aufrufe mit einem Video hat, ist es klar, dass ich damit 10 oder 1000, aufrufen, nicht vor dem Wind, das sollte klar sein. Aber das jetzt auch nur mal so als kleines Zwischending, also das soll ich euch jetzt nur mal sagen, für euch verändert sich eigentlich nichts. Ich werde weiterhin einfach schön jeden Tag ein Video hochladen. Auf die Infovideos werde ich selbstverständlich keine Werbung draufschalten, also damit werde ich kein Geld verdienen. Und das soll ja wohl klar sein, dass wenn ich wichtig, wichtig reinschreibe, dass ich dann damit kein Geld verdienen möchte, indem ich da einfach Werbung davor schalte. Nee, vor die Infovideos kommt keine Werbung, nur eben vor Videos, wo es eben dann auch ein bisschen was zu sehen gibt. Weil ich denke, hier, das ist ja gerade nichts, wo man hier sehen kann. Und ja, dann noch eine Frage an euch, und zwar, was sieht denn eurer Meinung nach schöner aus? Momentan sieht es ja so aus, da heißt immer der Titel, was weiß ich, Let's Play The Darkness 2, dann eben die Nummer, und dann German Blind PC. Und jetzt, was findet ihr schöner? So was mit eine eckige Klammer, eckige Klammer, und nochmal die Plattform in einer normalen Klammer, also alles verklammert sozusagen, oder findet ihr es schöner, wenn ich einfach sage, ich mache eine große Klammer, mit einfach einem Slash dazwischen. Also was findet ihr schöner? Ich kann nicht ja mal kurz auf Änderungen speichern gehen, sondern sieht das Ganze dann nach so aus, findet ihr also sowas hier schöner? Let's Play The Darkness 2, German Blind PC, oder findet ihr das hier schöner? Das würde mich auch gerne mal interessieren, dann kann ich das nämlich hier bei den ganzen Titeln ändern, weil ich weiß halt nicht, wie ich es jetzt machen soll, ob so oder so, keine Ahnung, was besser aussieht, wäre nicht schlecht, wenn ihr mir das sagt, weil ich bin da so zwischendrin und sage, ach, beides ist ja eigentlich nicht schlecht. Deswegen möchte ich auch gerne mal eure Meinung dazu hören. Und was gibt es dann noch zu sagen? Ja, ein neues Kanaldesign und auch ein neues Intro muss her. Und zwar definitiv, denn das sollte ja eigentlich schon seit langer Zeit kommen, aber jetzt, wo ich Partner bin, ist es definitiv, das ist jetzt auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Wenn ihr jemanden kennt, der gute Kanaldesigns und Intros machen kann, dann wäre das wirklich ganz lieb, dann wäre es toll, wenn ihr das in die Kommentare schreibt oder mir eine private Nachricht schickt mit dem Namen von demjenigen, der das macht, dann kann ich mich nämlich hier mit dem in Verbindung setzen. Und ja, wenn nicht, dann muss ich mir selber jemanden suchen und mal gucken, wie ich das Ganze auf die Reihe bekomme. Am besten wäre es natürlich, wenn das Ganze kostenlos wäre, wenn es aber was kostet, mein Gott, dann muss man eben da auch was investieren, aber wenn das eben dann zum Schlussschick aussieht, das Ganze, das ist die Hauptsache und so muss es eben dann sein. Das war es jetzt eigentlich schon hier mit dem Infovideo. Ich wollte euch das jetzt nur mal sagen. Größtensatz habe ich jetzt auch überall hier schon die eigenen Thumbnails drin und ansonsten kann ich hier eben jetzt, das muss ich euch noch kurz zeigen, ich kann jetzt hier beispielsweise auch noch was, was ich sagen, ich möchte eine Show machen, ich möchte einen Film machen, einen Trailer spielen, Leute, ich habe keine Ahnung, was das Ganze bedeutet, aber auf jeden Fall kann ich es machen. Da werde ich dann auch noch die Shows hinzufügen, weil ich kann ich da alles eingeben, Name, Beschreibung, ach, schieß mich so, oder zu der Kai dann noch die ganzen Let's Plays und zwar reinhauen, das heißt also, ich mache dann auch noch von Let's Play Battlefield 3 Multiplayer in der Show draußen und ich schieß mich tot, also naja, werdet ihr dann alles sehen, ich mache da eben eine Show und schieß mich tot, muss ich alles noch machen, braucht eben alles auch ein bisschen Zeit, aber das war es jetzt wirklich mit dem Infovideo, das wollte ich euch jetzt nur mal sagen, alles mitteilen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!